Okay. Hauen wir den einfach auch mal ab. Bisschen dunkles Holz könnte ja auch ganz gut aussehen. So, da ist endlich die Axt kaputt. Wie gesagt, ich wollte hier sowieso loswerden. So, dann müsst ihr jetzt hier nach und nach alles despawnen. Sehr gut. Das machen wir mal weg, weil immerhin soll hier ja unsere Scheune hin. Okay, irgendwo war noch ein bisschen Wasser. Ich habe mich doch irgendwie... Oder habe ich mich getäuscht? Kann natürlich sein. Okay. Dann überlegen wir uns mal die Grundfesten. Also wie die Scheune ungefähr aussehen soll, habe ich schon im Kopf. Ich habe immer mal so ein paar normale Wooden Planks. Obwohl, ein normales Fundament sollten wir, glaube ich, legen aus Cobblestone oder pflastern wir das Fundament? Das ist natürlich die Frage, wie krass... Ach, machen wir das Schaufel hier erstmal so los. Das große Scheunentor, ich überlege gerade, kann man das hier so ausmitteln. Können natürlich so ein richtig schönes... Scheunentor hier reinmachen. Ich markiere das jetzt einfach mal so. Wir können hier wieder rausholen aus dem Boden. Ja, das sieht man überhaupt nicht. Na gut, ähm... Wo ist die Axt? Da. Okay. Lassen wir es einfach erstmal so. Die sehen von oben genau gleich aus. Okay. Also, hier könnt ihr die Tür rein. Okay. Dann brauchen wir ein bisschen Platz, auf jeden Fall in beide Richtungen. Die Scheune wird natürlich symmetrisch, ganz klar. Muss sie auch sein. Alles andere wäre irgendwie unrealistisch. Okay. Lustig war, ich hatte gerade, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, einen Anruf vom guten Seebrü, den kennen ja einige von euch. Der hat sich beschwert, dass, äh... gerade keine Minecraft-Folgen mehr rauskommen, weil ich ja im Urlaub war. Der wird sich sicherlich freuen, dass wir hier gerade wieder neu aufnehmen. So. Ah, viel zu anstrengend, Bernhard. Viel zu anstrengende Musik. Okay. Breiter will ich sie auf keinen Fall haben. Ich werde bald sehen, warum ich sie so breit mache. Gut, dass man da jetzt gerade reingucken kann, ist überhaupt kein Problem. Okay. Gucken wir uns gleich mal an, wie das wird. Ich wette, ich reiße die wieder ab. Wir haben ja schon mal versucht, eine Scheune zu bauen, falls ihr euch erinnert. Da hat sie mir ja auch nicht gefallen. Daraus wurde dann letztendlich die Mühle. Kann man hier eigentlich... Ja, können wir, dann müssen wir da nicht irgendwie Angst haben, was kaputt zu machen. Okay, 1, 2, 3, haben wir. 1, 2, 3, haben wir. Und hier ist es dann... ...lediglich... ...die Erde, die weg muss. Okay, cool. So. Ich denke mal, das als Fundament ist gar nicht verkehrt. Allerdings könnte man das auch meines Erachtens nach richtig pflastern. Mit Bricks würde ich auch gerne arbeiten. Irgendwo ist hier auch noch einer, genau, der 18. So, machen wir hier mal noch welche rein. Die Torches können wir aufeinander packen. Sparen wir ein bisschen Platz. Okay. Das könnten wir mauern. Das wäre nicht verkehrt. Das soll natürlich ein richtiger Boden werden. Ich überlege gerade, was wir als Boden nehmen. Eine Scheune ist ja eher so Heuboden. Da wäre es gar nicht so verkehrt, wenn man die Erde drin lassen würde. Allerdings in der Mitte zumindest... ...von den Gattern weggehend könnte man schon einen richtigen Weg haben. Ich habe da, wie gesagt, was vor. Mir schwebt da was im Kopf hervor, so rum, wie das ungefähr aussehen könnte. Es kann natürlich auch wieder komplett gegen den Baum laufen. Wie schon so oft. Wenn ich nicht irgendwie was geübt habe. So, aber dafür möchte man Minecraft ja auch gerne sehen. Weil es geht ja immerhin vielen Leuten häufig um das, was man baut. Und wie man es baut. Okay. So, hier sind auf jeden Fall die Ecken. Die könnten wir auf jeden Fall auch mauern. Zu hoch sollte sie nicht werden, wie gesagt. So. Okay. Gespannt, echt. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und ich fange jetzt nicht gleich an zu schneien. Ich glaube, die Länge ist ganz gut. Sie könnte natürlich noch ein bisschen länger sein. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, es wird eine angenehme Länge. So. Jetzt überlegen wir uns gerade mal. Machen wir das. Wir würden das gerne so ein bisschen aussehen lassen wie Fachwerk. Ich mache mal so ein bisschen. Ich probiere das mal aus kurz. Könnt ihr ja auch mal nickend vor dem Rechner sitzen. Dann spüre ich das hier bestimmt in der Aufnahme-Session. Wenn ihr einverstanden seid mit dem, was jetzt passiert. Das ist ein bisschen fachwerkmäßig, wisst ihr. Das könnte auch ganz gut aussehen eigentlich. Aber ich glaube, eins höher müssen wir es eh noch machen. Und dann muss das Ganze hier eh noch ein wenig nach oben verlängert werden. Aber ich glaube, das könnte ganz cool werden. Trauen wir erstmal alles hier. Erstmal das Fundament legen. Das würde ja niemals stehen bleiben, so wie wir das jetzt gebaut haben hier. So. Komm mal her. Komm mal her. Hier muss natürlich hinten ein Fundament. Da könnte man natürlich ein Obsidian-Fundament legen. Das wäre insofern gut, weil es Creeper-sicher wäre. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. 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 So. Wir üben jetzt einfach mal. Gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Ups. Da ist gleich Eis. Da rutscht man so ein bisschen. Eins, drei, vier. Probieren wir es einfach mal. Könnte ich hier mit dunklem Holz machen. Vielleicht sieht es mit dunklem Holz noch geiler aus. Könnte ich mir fast vorstellen. Wir brauchen natürlich mehr dunkles Holz. Aber hier ist ja genug da. Und ich sehe auch mit ein wenig Erschrecken, dass unsere Diamant-Vorräte zur Neige gehen. So. Komm mal her. Wupp. Und dann hier vielleicht so ein Mittelstreben. Und dann wieder. Wupp. Und dann. Wupp. Wupp. Und zack. Wupp. Zack, zack. Und dann da oben wieder einer. Wupp. Ja, ich glaube, das wäre ganz cool. Vielleicht passt es ja sogar genau. Ich glaube nicht, ne? Wenn wir jetzt hier wieder ein Mittelstreben machen. Ah, einer. Verdammt. Das wäre natürlich cool gewesen. Na gut, gehen wir erstmal in die Haier. Natürlich auch die Frage, ob wir wirklich gar keine Fenster wollen in unserer Scheune. Obwohl, die können wir immer noch reinhauen, glaube ich. Mal gucken. Und das ist eigentlich auch zu laute Musik, um schlafen zu gehen. Da gehen wir auch lieber auf etwas Leiseres. Gucken, ob das Ganze tauglich wäre für Fenster. Oder könnte hier welche reinhauen? Hier. Ah, ich glaube, mir gefällt das ganz gut so. Und ist ja nur minimal Aufwand, das hier zu verändern. Ups, Anna. Falsches Werkzeug. Eins, zwei, drei, vier. Genau so. Zack. Okay, hier kommt einer hin. Das heißt, wir können hier so machen. Hauen wir noch zwei, drei dieser Bäume ab. In der Breite wird es wahrscheinlich auch nicht ganz passen. Wo wir das schon irgendwie hinkriegen. Und genug Bone Meal haben wir auch, um zur Not eine ganze Menge nachzupflanzen. Mario Kart ist ein cooles Spiel. Ob man davon Let's Play machen kann? Fällt es eine Idee mal, eine Überlegung mal wert? Könnte ganz witzig oder unterhaltsam sein. Ah, doch. Das sieht schon ganz cool aus. Zack und zack. Sehr schön. Schön mit den Hölzern ein bisschen rumgespielt. Dass es nicht alles immer gleich aussieht. Jawollah. Was haben wir denn hier? Immer vier. Eins, zwei, drei, vier. Mittel streben. Eins, zwei, drei, vier. Mittel streben. Mist. Na, mal gucken. Muss da nicht was anderes einfallen lassen. Sieht schon ganz gut aus. Gefällt mir. Ah, der fällt mir ja ein, wenn wir jetzt hier... Obwohl, nee. Ich hatte schon... Nee, das passt schon. Das passt schon. Da darf ich mich jetzt nicht zu verleiten lassen, hier Mist zu machen. Okay, ich mach mal kurz das Fundament fertig. Fuhl, warum eigentlich nicht, ne? Machen wir es einfach so. Das ist einfach schön anzusehen. Ist halt mal ein bisschen was anderes. So. Und wir sind ja alle keine Zimmerleute. Oder sind hier Zimmerleute? Ist hier das edle Zimmermannshandwerk vertreten bei uns im Let's Play? Würde mich mal interessieren. Weil wenn, dann würde ich mal fragen, ob wir das alles hier ganz gescheit machen oder nicht. Wahrscheinlich nicht. So. Okay, so. Und dann muss hier auf jeden Fall noch so einer rauf. Ganz genau. Von denen brauchen wir wieder neue. Ah doch, das sieht ganz geil aus. Machen wir hier auch normale Streben so aus anderem Holze. Hier aus diesem Wood. Einfach damit es nach was aussieht. Das ist natürlich ganz schön viel Holz, was wir da verbasseln. Aber es sieht auch gut aus. Gefällt mir. Und den Song finde ich ultra geil. Ich freue mich immer, wenn der kommt. So, okay. Das sieht schon ganz gut aus. So habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Hauen wir hier mal das Fundament rein. Ah, komm schon her. So eine Mühle, die will auch länger geplant sein eigentlich. Aber die haben wir schon so lange vorzubauen. Ungefähr. Sieht doch ganz passabel aus. So. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und da müssen wir natürlich den noch einversetzen. Das ist richtig. Da kann man nichts dagegen sagen. So. Zack. Okay. So. Passt schon mal sehr gut. Davon haben wir allerdings nicht mehr genug da. Okay. Also noch mal rein in den Wald. Und wertvolle Bäume abgeholzt. Immer schön neue reinhauen. Wer einen Baum abholzt, der muss auch einen neuen Baum pflanzen. Die Regel ist schon sehr alt. Und hat auch in Minecraft Bestand. Denn sonst steht man irgendwann da, hat ein abgerodetes Gebiet vor sich. und weiß nicht mehr einen noch aus und muss erst mal wieder aufforsten. Das wäre ja echt doof und schade. Dann noch Holz irgendwo drin ist. Das sieht so aus, als wäre das irgendwie so ein nicht-despawnbarer Klotz. Das gleiche gilt wahrscheinlich für da drüben. Ja. Oh nein, da ist noch was. So. Zack. Jetzt müsste es eigentlich langsam runterfallen. Okay. Und da ist auch ein Apfel. Sehr cool. All right. Jetzt despawn das da oben hoffentlich. Rein in die Scheune. Die natürlich erst bald eine richtige Scheune ist. Aber sich schon ganz gut macht. So. Wupp. Den gleichen Spaß gönnen wir uns hier. Und zwar folgendermaßen. So und so. Jetzt können wir hier eigentlich Warum nicht? Das sieht schon ganz gut aus. Okay. Zack, zack, zack. Oh nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so. Da habe ich die falschen ausgewählt. Für dieses Stückchen habe ich die falschen Hölzer ausgewählt. So. Die Wand hier müssen wir auch noch fertig machen. Jetzt ziehe ich jetzt vielleicht schon mal die Mitte hoch. Axt. So. Allerdings, ihr Lieben, ist an dieser Stelle unsere Aufnahmesession auch schon wieder zu Ende. Aber das wird eine ganz passable und schöne Scheune. Die gefällt mir jetzt schon sehr gut. Mit Fachwerk vor allem. Da kommt dann noch so ein Dach drauf. Die wird jetzt hier nicht irgendwie mit einer kompletten Decke ausgesetzt. Da kann man denn hier so mit Leitern hochgehen. Dann stehen da oben die ganzen Truhen. Hier möchte ich gerne Gatter reinziehen, dass man hier so Kühe reinstellen kann. Die werden es schon noch sehen. Soll eine ganz schöne Scheune werden. Und ich hoffe, dass uns das alles so ganz gut gelingt, wie ich mir das vorstelle. Das sind die Steine, die ich vor Ewigkeiten verwendet habe. Die ganze Zeit habe ich mich schon gefragt, wie die ging, diese... Ah, die machen wir jetzt auch noch fix. Ich glaube, die gefallen mir hier fast sogar noch besser als so gepflasterte Steine. Ja, machen wir hier so einen richtigen Weg aus diesen Steinen. Für ein Fundament ist natürlich gepflastert gar nicht verkehrt so. Pflasterstein. Heißt Cobblestone eigentlich Pflasterstein? Ich weiß das gar nicht. Muss ich mal googeln. Ich glaube, der gefällt mir hier besser, weil der einfach auch mal eine andere Nuance gibt. Und dann hauen wir einfach mal symbolisch schon mal eine Tür rein, weil das fühlt sich gut an. Die Tür war natürlich aus Holz, ganz klar. Auch nicht schwer. Aber wir brauchen, glaube ich, mehr als eine Tür. Genau, wir brauchen zwei, da hätte ich mehr Holz machen sollen. Zack. Und den Rest mache ich dann einfach erstmal offscreen. Ich bin auch verabredet zum Gucken von Dark Knight Beginns. Diesen alten Batman-Film. Ich lasse aber einfach erstmal hier. Mal gucken. Das ist alles noch nicht final. Ich glaube fast, das wäre cooler, wenn man dann einen richtigen richtige Zarge machen würde für die Sache. Jetzt fehlt natürlich noch genau ein Holz. So, die suche ich jetzt noch schnell zusammen. Dafür hake ich... Nee, der ist nicht Tanne. So, und am nächsten... In der nächsten Aufnahme-Session werde ich auch ein bisschen was aus München erzählen. Allerdings war der Urlaub jetzt noch so nah, dass ich da selber erstmal so ein bisschen Revue passieren lassen muss, bevor ich... Die werden nicht zusammen wachsen, das weiß ich auch. Bevor ich, äh... da Näheres zu sagen kann. Ich brauche mal so ein bisschen Zeit, um zurückzukommen. Aber vielleicht machen wir das auch im Livestream dann irgendwie miteinander darüber quatschen. So, jetzt noch schnell die Zarge. Und da despawn ein paar Blätter. Das haben wir ganz gut so gemacht. Die sammeln wir auch noch ein hier. Und die Nacht bricht auch schon wieder heran. Und da räuchelt es auch schon wieder irgendwo. Am besten, wir verdrücken uns in unsere Scheune. Ja, ihr Lieben, dann danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen bis hierhin. Das ist dann wahrscheinlich Folge... Uff... 113, 114, 116 wahrscheinlich gerade hier. Und, ähm... Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr bleibt nach wie vor unserem kleinen, süßen Farmer Let's Play hier treu. Die Scheune, wie gesagt, das nächste Bauprojekt, was wir jetzt hier in Angriff nehmen. Denke ich, wird das Ganze hier um ein gutes Stückchen... Vielleicht machen wir das so lieber das Kreuz, damit es nicht ganz so symmetrisch ist. Wird unser ganzes Haus um einiges, äh... Ja, schöner machen. Unsere ganze Farm. Um einiges auch glaubhafter. Jut, ihr Lieben. Dann würde ich mal sagen, haut da erstmal rin. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei unserem nächsten... Ja, bei unserer nächsten Aufnahmesession. Ich sag, mein Name ist Bernhard und wünsche euch einen traumhaften Rest der Woche. Macht's gut. Tschü.